gerade einer hinter mir wo ist der typ, komm runter, komm, ja man, der hat ein Dier-Schwert und wir kriegen's Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Ender Games Ja, wir spielen heute ein zufälliges Kid und der eine schreibt GoFix und ja, hi 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 Hi, schöne Grüße an dich, Nanski, Nanski, du bist deinem nächsten Video, hey Und ja, welches Kit haben wir eigentlich bekommen, Alter, ich weiß es gar nicht Okay, wir haben, wie es ausschaut mit dem Schwert, könnte das Link-Kit sein, ich hab eigentlich, ja wir haben das Link-Kit Wir haben das Link-Kit und ja, brauchen wir ein paar Sachen auf jeden Fall noch Dias werden richtig schön, so, komm, komm, bitte, Diamanten, 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 Diamanten Ja, nice, Alter Man muss nur das Spiel drum bitten, dann gibt es einen Blumen oder so War nicht so der Satz? Nee, aber ich laber schon wieder so viel Scheiße Okay, ich mach mir jetzt auf jeden Fall ein Dias-Schwert und dann schau ich, dass ich weg von den Leuten komme Dann mach ich mir noch eine Lederhose und äh, goldene Schuhe Und dann bin ich der Badste So Komm schon Ja Ich hab so Angst, dass mich jetzt gleich jemand abfängt, Alter, ich hab nur so wenig Leben Da ist das nicht so gut So, machen wir jetzt eine Hose noch schnell Dann haben wir wenigstens Vollrüstung, obwohl es nur so eine schlechte ist Aber immerhin irgendwas Da haben wir noch ein paar Pfeile, um uns zu verteidigen 34 Blöcke Äh, ein paar Steaks, die können wir auch gebrauchen Und jetzt lauf ich erstmal weg von den Leuten Ah, lauf, lauf 33 Blöcke Okay, ich, ohne Spaß, Alter Ich hab keinen Bock, gegen irgendjemanden zu kämpfen mit drei Herzen, ey Vor allem, wenn ihr jetzt noch ein Dias-Schwert habt, dann bin ich einfach mal nach zwei Schlägen tot So, lauf, 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 lauf Vielleicht bekommen wir noch irgendwo Sachen, das wär schön Ich geh mal da hoch Ich weiß nicht, wenn da vielleicht jemand ist, der gar nichts hat, dann könnte ich ihn schon angreifen Boah Däger Was denn los mit dir? Okay Jetzt haben wir schon mal zwei Herzen mehr Oder nein, ein Herz mehr Für alle Leute, die nicht wissen, was das Link-Kit kann Ähm, du startest mit drei Herzen, hast ein Holzschwert und so ein Ding, so ein Buff die ganze Zeit Resistenz 2 Buff Und, ja Immer wenn du getauscht wirst, bekommst du ein Herz mehr Und immer wenn du jemanden tötest, bekommst du auch irgendwie noch ein bisschen was dazu Ich glaub, drei Herzen oder so So, okay, wo ist der Gegner Ich glaub, ich muss jetzt mal drauf gehen Am besten Boah, ein Verzauberungstisch für ein verzaubertes Dier-Schwert wäre so geil Das wär schön Okay, da vorne haben wir einen Barbar Ähm Mal schauen, ob der vielleicht Vielleicht zieht er mich nicht, komm Ah, Mann Egal, wir haben ein Herz mehr Das ist schon mal gut Jetzt muss ich nur noch den Gegner sehen Der ist unter mir, oder? Nee Ja, komm, der ist ein Delfin Okay, da kannst du drauf kacken Den brauch ich nicht Jetzt noch ein Eisen mehr Wär geil, dann hätten wir eine Eisenbrust Die Runde ist saulangweilig Weil ich einfach gegen jemanden kämpfen kann So, wo ist denn der Delfin jetzt? Komm her Der schwimmt wahrscheinlich nur im Wasser rum Und will, dass ich Zu ihm ins Wasser komme Da ist ein Zielsucher Komm doch her Komm her, komm her, komm her Nein Schwimm doch nicht weg Ich hasse es so Oh, nein Das gibt's nicht Vielleicht stirbt er durch die Pfeile Oh, das gibt's auch nicht Nein Der hat bestimmt nur ein Herz oder so Oder ein halbes Ein Treffer noch Ja, nice Oh, sehr schön Okay Oh, richtig schön Jetzt haben wir ein paar Herzen dazubekommen Das gefällt mir So muss das sein Okay Sechs Dias hat er gehabt Sehr schön Goldene Schuhe haben wir schon Dann crafte ich mir mal Ähm Schnell eine Eisenbrust Zack Und einen Dierhelm Zack Okay Ich hab jedes Mal so Angst Wenn ich Dias crafte Dass ich getauscht werde Einfach Haben wir noch irgendwas zum Craften vielleicht? Oh, mein Kompass Den brauch ich noch So, zehn Blöcke Alter, wo ist der Typ? Nee, ich sag jetzt Hä? Der wurde wahrscheinlich auch grad getauscht So, was kann ich mir denn jetzt noch machen? Eine Hose Eine goldene Hose Ja, perfekt Okay, dann machen wir das mal schnell da hin Dann machen wir schnell eine goldene Hose Und dann haben wir Ähm Relativ gute Rüstung eigentlich Okay Wo ist der nächste Gegner? 80 Blöcke Ich räume mal kurz hier auf Ähm So Das brauchen wir alles nicht mehr Da haben wir noch vier Pfeile Okay Milch brauchen wir auch nicht Weil wenn ich Milch trink Dann ist mein Resistenzbach weg Und dann Alles für den Arsch Werfbarer Trank des Schadens Packe ich mir auch mal rein So Ähm Ja, wenn ich schon hier dabei bin Dann mach ich mir ja noch Eis im Stuhl Okay 90 Blöcke Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal ein paar Gegner Hier haben wir noch ein paar Enderperlen Das ist schon mal schön Okay Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt drauf Dass wir ein paar Herzen mehr bekommen Wie viele Leben noch überhaupt? Okay, vier Stück Einen töten Wäre auf jeden Fall richtig schön Einen müssen wir sogar töten Oh nein Jetzt wird er auch noch getauscht 16 Blöcke Wo ist denn der Typ? Ist der unter der Erde? Ne, der läuft weg von mir Er läuft weg Er läuft weg Nein, das sind Ach man, ich bin ein Idiot Äh, mein Chat ist schon wieder abgeschnitten Das sind 105 Tempel Okay, okay Dann haben wir ja was vor uns Wie viele Herzen haben wir? 2, 4, 6, 8, 9 Okay, ein Port noch Dann haben wir ganz normal 10 Herzen Ähm Passt schon Aber Wäre besser, wenn wir ein bisschen mehr als 10 haben Weil das ist ja der Vorteil des Kids eigentlich So, ich schmeiß mich mal da rüber Oh, ich bin ein Idiot Gleich zwei Perlen verschwendet Okay, wo ist er? 28 Blöcke Komm her Komm her, Junge Boah, der hat einen Dierbrustpanzer Der nicht Der hat nur einen Eisenbrustpanzer Stirb Ja, nice Vielleicht hat er ein verzaubertes Dierschwert gehabt Alter Boah Meine Stimme ist verreckt Ähm Wo ist der nächste Gegner? Ich muss aufpassen 210 Blöcke Okay, sehr schön Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ertrink Das wäre ein bisschen uncool Alter, der Typ hatte richtig viele Pfeile und so dabei 190 Blöcke Und wir haben schon ein bisschen mehr als 10 Herzen So, werfbarer Trank der Heilung Werfbarer Trank der Heilung Nehmen wir mal rein So, das Fleisch nehmen wir auch mal rein Mehr essen brauchen wir wahrscheinlich eh nicht Okay, den Bogen brauchen wir auch nicht Werfbarer Trank der Heilung zweimal Regeneration nehme ich mir auch mal rein 7 Diers Wir können uns eine Dierhose craften So, wo ist der Typ? 50 Blöcke Jetzt ist mein Goldapfel weg Sehr schön Das macht Spaß Ja Okay, 40 Blöcke kommt der Typ her Ich weiß gar nicht Ach nee, das ist mein Goldapfel Okay Ähm Boah, Finale Ja, Finale So, dann esse ich erstmal meinen Goldapfel und trinke meinen Regenerationstrank Und schmeiße meinen Schadenstrank daneben Und wieso kann ich nicht rennen? Irgendwie Ja, den Boah, der ist ein Känguru Oh Mann, wo bin ich jetzt? Wo ist er? Er versucht mich die ganze Zeit anzusehen Äh, er hat's geschafft Okay Ähm Alter, nein Boah, 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 stirb doch Nein, das gibt's doch nicht Das gibt's echt nicht Stirb doch, Alter Wie viel Leben hat der Typ? Ähm Er kann auf jeden Fall keine Doppelsprünge mehr Er hat auf jeden Fall Ja, nice, Alter Boah, richtig knappe Runde, ey Puh Ähm Alter, das war richtig knapp Ich hab grad an, dass die Leute mir nachschauen können Deswegen sind wahrscheinlich grad zu viele im Chat Ähm Grüße an euch alle Ich kann nicht grad alles vorlesen Äh, ja, egal Ähm, wie lange ist eigentlich schon die Runde? So neun Minuten Ich würde sagen, wir gehen vielleicht doch nochmal in irgendeins rein Dann machen wir mal so Nochmal zufälliges Kit Er hat Unge Okay Dann schauen wir mal Was wir für ein Kit bekommen Ist immer aufregend, finde ich, mit dem, mit dem, äh, zufälligen Kit Ist irgendwie ganz cool, weil dann Hab ich auch so ein bisschen Abwechslung drin Und immer wenn ich halt ein neues Kit kaufe, hab ich ja schon gesagt Werde ich das erstmal ein bisschen spielen So ein, zwei, drei, vier, fünf Runden Und dann Werde ich wieder auf zufällig umschalten Okay, wir sind Barbar Barbarian So Gucken wir mal Das Wüste Ich glaub, ich lauf in die Richtung Okay, Barbar hab ich echt lang nicht mehr gespielt Ist eigentlich relativ gut, weil man halt direkt Lederrüstung hat Und so Weiß nicht Hat zwar nicht wirklich so einen krassen Vorteil Alter, nice Ich bekomm gar nichts Ja Ach, so ein Scheiß, Alter Komm schon, komm schon Boah, geht doch weg Okay, egal, ich lauf weiter Wenn die alle da an der Kiste stehen Ist keiner in der Wüste Ja Oh, ich bin schon wieder so dumm Okay, da vorne haben wir eine Jetzt noch Dias Und dann bin ich glücklich Und vielleicht noch ein bisschen was zu essen Dias, Dias, Dias Ne Brennungs, Dias So Boah Ah, der Typ in der letzten Runde Das hat er schon gut gemacht Mich die ganze Zeit anzuzünden Das war schon nicht schlecht Muss ich sagen Okay Boah, hier sind so viele Kisten Und keiner ist da Ja, das ist so schön Okay, da haben wir nochmal einen Bogen Hauptsache zwei Bögen Ja, YOLO, ey Okay, komm Wieso gibt's denn keine Dias hier, Mensch Komm schon, jetzt Du, gibst mir Nein Du, gibst mir Diamanten Los Das gibt's doch nicht Okay, wir haben alles außer Dias, ey Okay, 60 Blöcke Ich muss echt Mich jetzt, glaube ich, beeilen Mit dem Craften Ja Ich muss mich beeilen Hätte ich jetzt Dias noch Das wäre so perfekt gewesen Da hätte ich direkt eine Eisenbrust gehabt Und ja Egal Zack Machen wir uns schnell ein Eisenschwert Und Eisenschuhe Und eine goldene Brust Okay, schade Mehr kann ich nicht Alter, wie viele Bögen wir haben, ne Okay, wir haben sieben Pfeile Ähm, ich mach mir mal schnell hier noch Brot draus Das kann ich alles wegschmeißen Okay 80 Blöcke Jetzt bin ich hier in ein Loch drin Sowas hasse ich hier Wasser und Lava Einmal, vielleicht brauche ich die noch Mal gucken Okay So, dann nehm ich mal hier den Lava-Eimer rein Das verbrenne ich mal schnell So Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier rauskomme Ich hasse es, wenn ich in so eine scheiß Schlucht geportet werde Richtig, richtig unnötig Würde ich mal sagen Ja, komm Ist das bei euch auch so manchmal Dass wenn ihr Sachen abbaute in Endergames Dass das dann einfach verschwindet Ist da gerade einer hinter mir? Wo ist der Typ? Komm runter Komm Piu Ja man, der hat ein Diaschwert Und wir kriegen es Alter, wie viel Leben hat der? Boah, war das knapp Richtig knapp, ey So, okay Wo ist der nächste Gegner? Ich muss was essen unbedingt Ich hab Angst, dass der jetzt auch runterkommt Ja Ich trinke meinen Regenerationstrank Komm runter Und ich kill dich, Alter Ja Ey, ich hasse es Was ist mit den Leuten los? Warum wollen die immer zu mir? Nein Oh, schade Okay Ähm Egal Die Runde davor war relativ gut Ich sag, wenn es euch gefallen hat Könnt ihr gerne einen Daumen um da lassen Ich schau mal, wie viel Coins wir haben Slash Points So 7900 Grüße an den Trevion Ähm Und keine Ahnung Ich sag Einfach nur noch Tschüss Abonnieren Um nichts mehr zu verpassen Hab ich glaube ich schon gesagt Egal Tschüss